Unsere Insel ist das Niemandsland. Hier vergeht die Zeit langsamer oder an den Stadtofern schneller, je nachdem wie man es sieht. Es heißt, alle Kinder würden eines Tages das Niemandsland verlassen, dann wenn sie erwachsen sind. Aber ein Kind nicht. Ich. Ich weigere mich, erwachsen zu werden. Dieser Roman ist eine Interpretation eines Märchens, eine mögliche Peter Pan Version des 21. Jahrhunderts. Petro ist ein Junge, ein Jugendlicher. Wie alt er genau ist, das wissen wir nicht und er lebt mit zwei anderen auf einer Insel, die sonst niemand kennt. Und die Jungen haben Feenstaub, der eine Art Droge ist, der sie kleiner macht, unauffällig. Den brauchen sie, wenn sie als Taschentieber in die Stadt gehen. Es heißt, wenn man an etwas Schönes denkt, an eine gute Erinnerung, während man den Feenstaub einatmet, könne man fliegen. Jedes Mal, wenn der Krakazil seinen prüfenden Blick in die Schatztruhe wirft, fühle ich den selben Blick danach auf mir ruhen, als wäre ich ein unechtes Goldstück. Einmal hat er mich am Kinn gefasst, meinen Kopf in die eine, in die andere Richtung gedreht, mir dabei das Kinn mit den Fingern zusammengekniffen, dann ausgespuckt und gemeint, kein Bart, hm? Kein Bart, habe ich geantwortet und dabei das Kinn vorgeschoben. Bei mir sind diese Jungen verloren, weil sie keinen Halt mehr im Leben haben. Und dazu braucht es nicht einmal große Katastrophen oder Krieg. Armut reicht dafür allein schon aus. sch FaceTel sch FaceTel games wie schau die Untertitelung des ZDF, 2020